Sooo... Hallo, wir machen weiter bei... Jump, Chanked Up Mario Party. Letztes Mal haben wir das Yoshi-Haus in Welt 2 gemacht und dort einige neue Exits bekommen. Also einen neuen Exit eigentlich, der dann aber zu einem weiteren Level geführt hat. Welches zu zwei weiteren Leveln geführt hat? Und jetzt sind wir in... Superstart. Jetzt sind wir in Web Churved Deep. Ich dachte, die Tö... Was ist das denn da oben? Die fallen schon runter, ne? Ja, ich konnte... Wieso kann ich nicht Spin-Chumpen? Kann ich nicht Spin-Chumpen? Von wem ist das Level? Kein Yoshi, kein Pilz. Es ist von Morsel, natürlich. Der ganz viele Level angeblich gemacht hat. Ich kann nicht Spin-Chumpen. Das hätte man mir mal sagen sollen. Alter, ich wollte... Hier rüber. Mann! Was ist denn jetzt los? Dankeschön. So. Cool. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Gut, ich glaube, wir gehen mit einer Feder in das Level. Wobei, kein Pilz bedeutet vermutlich auch keine Federn, ne? Ich muss das so spielen, wie ich gerade reingegangen bin, oder? Sagt mir bitte nicht, dass ich das genau so spielen muss, wie ich reingegangen bin. Als kleiner. Deswegen ist da auch die Schranke gewesen. Da sind Blöcke, die mich klein machen und alles. Ich kann da nichts mit reinnehmen. Ich muss das in Winzik spielen. Oh, Morsel, please. Ich habe so den Eindruck, das erste Level, in dem wir irgendwann mal Safe-State nutzen, ist ein Morsel-Level. Ja, natürlich, es ist alles weg. Okay, dann kann ich aber auch wieder... Ups, wollte ich nicht. Dann kann ich aber auch hier wieder meine Overworld-Safe-State setzen. Ach nee, ist Bullshit. Ich habe ja noch sieben Leben. Das machen wir dann erst bei einem Leben. Hier ist einfach alles weg dann. Oh, Morsel. Dankeschön. Oh, das ist interessant. Die Dinger haben die Wasserphysik. Aber ich nicht. Wow, wow, tschüss, Fisch. Oh, es gibt Power-Ups in dem Level. Okay. Ich hoffe, der ist jetzt nicht so, dass man den irgendwann braucht. So nach dem Motto, hier musst du. Bis dahin musst du den Power-Up behalten, sonst... Ey, ich kann... Oh, ich dachte, ich kann da dran klettern. Das ist Deko. Oh, das war gemein. Das ist billige Deko. Alter. Wie die abhauen. Tschüss, ne? Oh, das ist nur Deko. Ich dachte, ich kann da dran klettern. Nee. Aha, ich habe es wieder vergessen. Das wirkt hier, wenn man da klettert... Ich will da mal klettern. Dumm. Oh, das sollte ich übrigens nicht tun. Ich sollte nicht sofort drüber. Das ist eine schlechte Idee. Okay. Never more... Oh, wow. Oh, wow. Dankeschön. Also alles ist wie Wasser-Physik, nur ich nicht. Und dann muss ich hier so weiter. Okay. Ja gut, dann ist das schon... Oh mein Gott. Man wusste nicht... Ich wusste nicht, wann er umdreht. Ich war mir nicht sicher, wann er umdreht. Plump. Okay. 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 Nein. Oh Gott. Oh, ist das mies. Hilfe. Hier sollte ich den Pilz echt noch haben. Das ist schlecht sonst, wenn nicht. Das ist ganz schlecht sonst. Super. So, und jetzt mache ich meinen Overworld-Safe-State, weil ich nur noch ein Leben habe und nicht jetzt ständig Leben rennen hole. Was halt Quatsch wäre. Ganz ehrlich. Das würde nur Let's Playside in die Länge ziehen. Da hat Counter vollkommen recht. Deswegen. Ich habe im letzten Part gefragt. Also diese Aufnahme lang werde ich es auf jeden Fall so machen. Ähm. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Und ja. An sich ist ja... Wow. Dadurch nichts verloren gegangen. Oh je, oh je. Wo habe ich den vorhin verloren? An den Munch... Ich glaube, an den Munchies. So, aber wer jetzt hier... Das ist halt... Wie time ich das denn? Alter, das ist... Okay, der geht aber ganz schön weit rüber. Okay, dann kann ich da einmal rüberspringen. Eieieieieieiei. Eieieieieiei. Eieieieieiei. Eieieieiei. Huch. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Achso, ne. Hat schon gepasst. Never mind. Never mind. Never mind. Oh je. Oh je. Oh je. Also, ich kann dazu aber auch nochmal sagen, den Hack ohne Safe-Sits zu spielen, ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, als glaube ich, wenn man in den Mids spielt. Ähm. Yo. Und ich glaube, man sollte ihn auch wirklich, zumindest soweit es halt geht, ihn ohne spielen. Eben weil es ein ganz anderes... Ah, mein Gott. Spielerlebnis ist, wenn man das tut. Weil man dann erst so wirklich, glaube ich, begreift, wie die Konzepte und so weiter funktionieren und wie das alles gedacht ist. Ich weiß nicht, ob man das begreift, wenn man den ohne Safe-Sits... Mit Safe-Sits spielt. Das kann ich nicht sagen. Oh oh. Ja, dann läuft man halt so durch und dann sieht man so die erste Stelle, ja, okay, hm, ist allen sicher keine schwierige Stelle, habe ich ja geschafft, weil ich halt Safe-Sits habe. Aber das ist, glaube ich, das Problem bei jedem Hack, wo man Safe-Sits nutzt. Weil bei manchen Hacks geht's halt nicht anders. Also, wann je... Aber bei irgendeinem Punkt ist halt... Klar, mit Safe-Sits ist es alles viel einfacher. Das ist schon richtig. Ach, das ist schwierig. Ist es schwierig, da zu sagen, Safe-Sits ist okay, Safe-Sits ist nicht okay. I don't know. Ich weiß doch auch nicht. Mann. Also, ich denke mal, die Safe-Sits, die ich jetzt gerade nutze, sind ja lediglich, wie gesagt, Overworld-Safe-Sits. Die sollten schon okay sein. Mehr Tode pro Video. So müsst ihr das auch sehen. Hat Chosen mehr zu tun. Mehr Tode pro Video, weil ich öfter sterbe und schneller. Das ist eine... Ich hasse diese Federn. Ah, das ist eine Scheiße. Ohne Witz. Super. Ohne Witz. Hey, Witz passt hier nicht mehr zusammen aus irgendeinem Grund. So, ich habe meinen Pilz noch. Ach ja, den hatte ich hier ja auch noch vorhin. Oh Gott. Ja, Alter. Oh Gott, ich habe ihn immer noch. Oh, so ist das gut. Oh, wir kommen mal weiter. Unfassbar. Oh ja, das ist sogar gar nicht mal so verkehrt, dass man hier einmal so und dann... Ah, das war klar. Aber den Hit nehme ich... Okay, wie weit gehst du rüber und runter? Oh Gott. Du gehst... Okay, bist du den Münzen jeweils immer? Dann kann ich hier stehen. Und hier springen. Und du gehst gerade darüber. Bitte nicht treffen. Oh Gott. Och nee, komm. Ein Kaisersprung unter Wasser, oder was? Ich meine, er ist... Oh Gott, das haut nicht hin. So wäre ich jetzt nicht. Äh, Mama. Oh Gott. Kann ich die bitte in einem Schwung? Oh nein. Oh nein. So was ohne... Oh nein. Ich muss mich dazwischen stellen. Oh, nicht sterben. Oh. Alter. Oh, jetzt komme ich da nicht hoch. Jetzt brauche ich doch noch Anlauf, oder was? Ein bisschen zumindest. Okay, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Noch. Oh. Ich verstehe schon, was ihr von mir wollt. Oh Gott sei Dank. Das nützt mir nichts. Oh mein Gott, der nützt mir nichts. Der nützt mir nichts. Ich muss hier ein Save-Set setzen. Sonst nützt er mir nichts, weil ich nur noch ein Leben habe. Ich sollte das alles immer nur noch bei zwei Leben machen. Es tut mir leid. Ich muss hier einen setzen, quasi so einen... Ich hab den Mitray-Point eingesammelt, Save-State. Das ist an sich ja auch ein Overworld-Safe-State. Und eigentlich brauche ich den... Oh, das ist ja blöd. Sobald ich ein Leben habe... Gut, ich könnte jetzt auch sagen, ich muss mir das Leben noch erarbeiten, aber... Nein, so. Vielleicht kriegen wir ja auch das Leben zusammen. Dann... Oh, ich dachte, ich kann darüber. Dann ist ja... Dann wär ja eh alles gut. Dann ist es nämlich nach wie vor ein ganz normaler Overworld-Safe-Skate. Oh, fuck. Okay, theoretisch kriegen wir die Münzen. Okay, machen wir das so. Wenn ich es nicht schaffe, die Münzen einzusammeln, hab ich den Midwaypoint auch nicht verdient. Nein, ich weiß nicht wirklich, ob ich das machen will. Okay, ich hab den Midwaypoint verdient. Never mind. Dann kann ich mich wirklich auf der Overworld-Safe setzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier kann ich stehen. Okay. Oh! Das ist doch... Boah, ist das mies. Alter. So, jetzt kann ich mich hier mal entsetzen und hab meinen Midwaypoint-Safe-State. Das ist okay. Das finde ich okay. Also das finde ich... Oh Gott. Ja, das finde ich nicht so okay. Aber stimmt, der wäre ja sonst blöd gewesen. Wenn ich den erst hier unten... Ja. Mach mal kaputt, danke. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Ups. So. Weil hier haben sich schon hier wieder Sachen ausgedacht. Meine Güte. Der Morsel, ey. Weißt du? Das ist auch so einer. Der mich traurig macht. Nein. Okay, okay, okay. Erstmal durch. Ah, es reicht zum Klettern. Okay, ich dachte, man muss da vielleicht springen. Das war ein Fehl... Oh Gott, Alter. Ein Fehlgedanke. Nö! Er ist nicht gesprungen. Ich hab wahrscheinlich gerade die Ecke erwischt oder so. Ich weiß es nicht. Gut, aber wie gesagt, so ist das okay. So nehm ich das auch hin, dass ich das nochmal wieder spiele. Das ist ja kein Thema. Das ist ja auch das ganz normale... Der ganz normale Spielerbelauf. Also das ist ja ganz, ganz richtig alles gerade so. Wie halt, wenn ich unendlich leben hätte. So ist einfach das jetzt. Und im Prinzip hab ich unendlich leben. Ich müsste sie halt nur holen. Es ist ja nicht mal schwierig, Leben holen zu gehen. Und deswegen... Ja. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ups! Ich hab vergessen, dass da noch einer kommt. Aber auch hier wieder das... Die ganze... Die ganze... Die ganze Dramatik dieses Levels begreift man doch erst, wenn man das ohne Save-State spielt. Jumpen muss man ohne Save-State spielen. Zumindest, solange es noch geht. Das wäre bei Way of DM wahrscheinlich ähnlich gewesen, dass die Level besser geworden wären, wenn sie mit Save-States... Ha, 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 ha. Äh, ohne Save-States. Nope, ich glaube nicht. Das ist halt dann die Frage, ab wann ist es zu viel? Ab wann ist es wirklich zu schwer? Ab wann muss man diese Save-States nutzen? Und ab wann eben nicht mehr? Das ist halt die Frage. So, jetzt trau ich mich langsam mal. Ist das eigentlich immer der gleiche Ablauf? Dann wäre es ja egal, wann ich spring... Nnä, wann ich mich traue zu springen. Plank. Jums. Ja, also in Zukunft sollte ich nicht... Oh Gott, das war blöd. Dankeschön. In Zukunft sollte ich nicht beim letzten Leben meine Overworld-Safe-States ansetzen. Sondern... Ja. Was zum... Das wird mich doch verarschen, Pilz. Ja, wie soll ich denn da rauskommen? Äh. Dann halt nicht, Pilz. Dann halt nicht. Danke. Nieuups. Tschüss. Sup. Wie kann es denn? Ich hab doch da gar keinen Einfluss drauf. Ist das irgendein RNG, der da versorgt, dass der Pilz einmal rüberkommt und einmal nicht? Jetzt angenommen, ich würde in den Hack bauen, der genau das will, dass der Pilz da rüberkommt. Ist das dann nur Zufall? Oder habe ich das irgendwie beeinflusst, ohne es zu wissen? Weil ich so... Hi, Yoshi. Oh nein, geh weg. Oh Gott, 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 oh Gott. Das ist doch auch... Das ist doch auch nur ohne Saves spannend. Mit Saves ist das doch total albern und langweilig. Ich mein, ja, klar, ach, scheiße. Klar ist es, äh, schwer mit Saves und vielleicht manchmal zu schwer, sodass man sie dann schon irgendwann einschaltet. Aber hier, ich, ich habe bei dem Hack nicht den Eindruck, dass ich sie bisher einschalten möchte. Nein, fuck it. Komm her jetzt. Du! So. Nein, wir müssen das ohne schaffen. Vor allem ist es bei Jump, weil Jump ist halt echt auch so cool gemacht, dass da echt mein Ehrgeiz geweckt wurde. Das ohne Saves. Bis halt dann, also wenn dann wirklich Kaiser-Level kommen, ja, klar geht das nicht mehr ohne Saves. Aber noch geht das alles klar. Dies blöden Hits, Mann. Ich glaube, dann ist man auch, ich wollte gerade sagen, deutlich konzentrierter, wenn man weiß, dass man eben alles nochmal spielt und so weiter. Das war gerade nicht sehr konzentriert. Aber hey. So. Ah, ich wusste doch, dass das geht. Ich habe mich schon die letzte Mal gewundert, dass der nie stirbt. Alles gut. Na, ich wollte... Fuck it. Fuck it. Oh, komm. Weil klar könnte ich sagen, hey, ich habe da hinten, habe ich es jetzt schon oft geschafft hinzuspielen, dann setze ich da meinen Safe State. Aber das wäre dann halt wieder übertrieben, finde ich jetzt. Der Overworld-Safe-State, der ist ja wirklich nur zeitsparend. Der vereinfacht mir ja überhaupt nichts. Während der andere halt schon... Naja. So dieses, ich habe es einmal geschafft, ich schaffe es immer wieder, ist halt auch nicht so das schönste Argument. Klar könnte ich sagen, hey, hier waren wir schon ganz oft, hier setze ich einfach jetzt meinen Safe State hin. Nein. Noch nicht. Noch nicht bei Jump. Noch hat mich das Spiel nicht so weit. Wie habe ich das denn damals geschafft hier ohne... Bin ich hier jemals einmal ohne Hit überhaupt durchgekommen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, hier war ich immer klein. Hm. Naja. Jetzt ist gut. So. Hier könnte ich halt auch sagen, hier, Safe State, hier komme ich immer wieder hin, aber... Nee. Dann ist man, wird man halt nämlich wirklich unkonzentriert und nur, nur dadurch, dass ich sage, ich muss das alles nochmal spielen. Nur dadurch kann ich eigentlich meine Konzentration... Fuck. Beibehalten. Nur dadurch und nicht anders. Moment, das Ding hat ein Secret Exit, oder? Ach du Scheiße. Ach nee, geh... Geh weg. Geh weg. Geh weg. Der kann ja bisher noch nicht gekommen sein. Oh nein. Ich muss das alles nochmal spielen. Oh nee. Das hat ein Secret Ex... Oder ist das nur so rot? Bitte sei nur so rot, liebes Level. Och nö. Das ist doch... Och nö. Och nö. Das ist doch blöd. Nein, will ich nicht. Also wenn das so ein Secret Exit ist, wo ganz am Ende einfach dann sich die Wege trennen, das wäre irgendwie blöd. Vor allem bei so einem harten Level. Das wäre irgendwie echt blöd. Ich glaube, dann würde ich weinen. Und Save-State. Dann würde ich das Level nochmal mit Save-State spielen. Also zweimal spiele ich es natürlich nicht. Das wäre irgendwie... Weiß ich nicht. Da sehe ich dann nicht so die... den Wert darin. Ich werde hier immer... Ich weiß noch nicht, wie ich da durchkomme, ohne getroffen zu werden. Ich weiß es einfach noch nicht. Nein! Dummheit. Ja. Cool. Also aber nur, wenn es so ein Exit ist. Wenn es was ist, wo ich schon hätte finden können oder so, oder halt, dann... dann spielen wir das schon nochmal richtig. Denke ich. Ich weiß es doch auch nicht. Entschuldigung. Ich wollte nicht gähnen. Ich bin eigentlich auch gar nicht müde. Es ist ja auch Mittag. Also, Mitnachmittag. Da sollte ich nicht müde sein. Wie mache ich den Sprung? Wie komme ich hier? So. Oh mein Gott, ich habe meinen Pilz noch. Oh mein Gott, ich habe meinen Pilz immer noch. Und dann falle ich mit Yoshi runter, weil mir dann nützt. Dann nützt mir der Pilz natürlich überhaupt nichts. Ja, jetzt falle ich mit Yoshi runter und dann nützt mir der Pilz einen feuchten Dreck. Ja, oder so. Nein! Ich habe mich verschätzt! Oh! Was war das denn? Was war das denn jetzt für eine Idee? Ich weiß es nicht. Fingen wir dieses Level in dem Part bitte noch hin? Das wäre super. Ich würde... Das wäre das erste Level, was wir auf zwei Parts aufteilen müssten sonst. Die Frage ist halt auch, was hinter dem Yoshi-Part noch kommt. Das ist halt schon mittlerweile einiges, was man mit einem Schwung durchschaffen sollte. Ah, ich warte da einen Abschnitt lang, warte ich da quasi einfach. Okay. Es wäre es nur schön, hier durchzukommen. Na, fuck it. Dann halt nicht. Dann halt nicht. So, wir warten diesmal, bis wir die Fische sehen. Was habe ich gerade gesagt? So. Und jetzt geht's nach oben. Und jetzt wird ordentlich genommst hier. Und ich weiß noch nicht, wo wir hinkommen. Aha. Ob ich den nommsen soll, ist nur so eine ganz andere Frage. Ob das so klug... Pff. Oh, was zum... Oh, Gott. Spoiler alert. The other message will spoil some secrets of the level. Das ist okay. Wir haben das... Oh, mein Gott. Ich meine, wenn das Spiel mir das vorgibt, dann werde ich die auch wissen. Oh, wir haben das Level geschafft. Alter. So, dann sind aber die Secrets offensichtlich der Secret-Exit von dem Level. Also die Frage ist jetzt, will ich suchen oder will ich lesen? Ich wüsste halt nicht, wo noch irgendwas sein soll. Ich habe gerade wirklich keine Ahnung. Nee, ich lese das. Hit the block near the start with a throw block. Dragon coins hold up when entering at the midway. Oh. Ich habe überlegt, ob man in die Röhre zurück kann, aber ich dachte mir, Yoshi ist zu weit unten. Oh. Also müssen wir auf jeden Fall bis zur Midway Point nochmal spielen. Und für den Secret-Exit müssen wir welchen Block treffen? Irgendeinen Block mit den Throw-Blocks. Welchen? Welcher war das? Hier, der, das da oben? Nee. Also will ich da einen auf jeden Fall behalten. Welchen Block soll ich hitten? Da, da oben? Nee. Hit the block. Welcher Block war das denn? Bin ich jetzt blöd? Hier einer? Ach nee, ich weiß welcher. Ich weiß welcher. Ich bin blöd. Never mind. Gott, hier mit dem Block durchkommen. Ja, geil. Du willst mich doch verarschen jetzt richtig spielen. Das machen wir eben im nächsten Part, aber holy shit. Das wird... Ja, weg ist er. Den Block hier. Okay. Das wird interessant. Das machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.